Hallo Kinder, schön, wo die Warte du bist, wo die Hand angemerkt. Ich freue mich immer Warte zu sagen, wo so viele Kinder angemerkt und nicht schwierig sind, neue Geschichten aus der Bibel zu hören. Von derweil ich könnte ein klein bisschen vertellen, wo du wie, wann wir in dir vor sind, wo du gefährlich ist. Wer posten uns ab, oder wo du mit dir zu tun hast? Und wenn du ein klein bisschen vertellen kannst, hast du kein Wutter mitgebracht. Das soll ein bisschen verstanden sein, wenn du ein Riefer hast. Und nun sind ich nicht schwierig, wo von den Sachen blieb ein Bauerwutter. Ich habe ein kleiner Kork mitgebracht. Und wenn du wenig vertellen kannst, würde ich wollen, ob ein Kork abkriegen und ein Riefer nähern? Ich glaube nicht, das ist gut. Ich habe ein Luschen mitgebracht. Und wenn wir da Bauerwutter tun, dann blieb ein Bauerwutter. Aber wenn wir ein bisschen nachdrehen, dann fangt das auch ein Wutter zu gehen. Dann habe ich Geld. Würde wir Geld brauchen, zum Wutterwutter blieb, oder wenn wir nicht für einen Stunden schwamm, oder nicht, geht auch ein Wutter. Und dann habe ich noch ein Ding, das ist ganz dicht zu. Und wenn wir da Bauerwutter tun, dann blieb ein Wutter. Wir können auch nachdrehen, aber der lässt sich nicht ein Wutterwutter. Und dann habe ich auch kein Luschen. Nun würde ich vielleicht denken, was habe ich das mit der Geschichte aus der Bibel zu tun. Wir fangen von dir auch eine neue Serie mit Geschichten an von Moses. Und ich glaube, viele von dir werden in der Geschichte vielleicht auch ein Wutterwutter tun, ob immer wahre habe ich nicht zu lernen. Wir wollen von dir lernen, wo du wie in dir vor sind. Wir passen uns ab. Ja, ich sage euch aufmerksam zu. Wir wollen von dir hören, wo Gott, das Baby, Moses, abpassen darf. Und das Bewohner wird das nicht passieren. Heute haben wir einen großen Blut. Heute sage ich, dass du kennst, den Nouvelle geht nach meiner Freundschaft von unserer biblischen Geschichte. Unsere Liebe ist von dir, wie wir an Gott danken, was heute uns beschützen wird. Hast du mal einen wirklich guten Platz gefunden, den zu verstärken, wenn die Blinz her spielen? Einen Platz, wo vielleicht selbst keiner von den anderen kennenzulernen würde und denken? So einen Platz, sagt Moses, seine Mama. Pharao, der König von Ägypten, wird so ja besorgt. Wo zu wundern mit den Israeliten? Heute muss sie eine Ruhe geben, Frau. Du sind so viele von ihnen. Die sind so stark. Die haben so schwer geschaffen. Und wann sie wollen gegen uns kämpfen, dann wollen sie gewinnen. Pharao, der ja auf einem Befehl. Ich will hauen, wort alle Babyjungen sollen in den Riefhörnern geschmühen. Amram und Jochabed werden so trürig. Sie wollen nicht haben, wort ihr Baby soll sterben. So entschleuten sie sich, die kleine Babyjungen drei Monate im Haus zu verstärken. Als das gerade war, fängt das an Lüder zu werden. Jochabed hat so Angst, wort die Soldaten das Baby werden finden. Weil wir das Baby in den Karven leiden und in den Riefhörnern sahen. Den Karven, den war wir ganz dicht schlitten, wort ihr ein Wutter wird eintragen. Und ich, sah Miriam, wollte den abpassen, wort ihr nichts passiert. Dann ging sie in den Riefhörnern, lädt das kleine Baby in den Karven, lädt den ab in den Wuttern ab, dägt den dort Hauen, schauft den dort ab. Miriam, posse eine Kont ab, wort der kleine Baby wohl ganz beschützt bleiben. Die Mame bitt, wort Gott nur das kleine Baby soll abpassen. Als ein Tag ist der Pfarrer und seine Dachter in den Riefhörnern sich geboren, dann sahen du wieder ein Karv. Wot ist doch du beim Großfrüchste, Eric Kekschis. Bringt mich dort mal. Als die Mialis den Karv brachen, mögt die Prinzessin den Karv ab in ein kleines Baby von unterrohren. Die Prinzessin wüsstet, das wäre ein von den hebräischen Kindern. Und sie würde dort nicht tun lassen, wort die Junge sterben. Sie würde dort gerade tragen, als ihr eigenes Kind. Und es sei dort Kind so begegnet, dass kein Miriam an der Rante. Und früher wusste ich, was ich empfangen würde, wenn ihr Baby abpassen würde für die. Oh, jo, jähren, seht die Prinzessin. Und Miriam ran offene Hüsse ihrer Mame. Es sei umtäum, kiekt die Prinzessin auch so schaftig um. Und seht, nehmt die Kind für mich, postet die ersten Jörn ab, trägt dort gerade, und eigentlich war die du für ein Betul. Und Luther kümmert dort holen. Jochabeth wird so schaftig, wort so ein Baby war er können holen. Und wort dort nicht Brück stuven. Das ist ein Wunder, sagt Abraham. Er glaubt, Gott mag einen ganz besonderen Plan haben für das Baby. Auch Jochabeth glaubt das auch. Und so mag wir uns Baby alles, was wir wollten von Gott vertellen, verhören können wir seinen Palast. So können seine Familie noch viele Jahre töten bleiben. So leiden an von Gott, was reichen auch wir, und was heute immer so Gott gehörsam sein soll. Aber so kommt der Dach, wo Moses muss den Palast tragen. Moses lehrt so viele Sachen, aber häufig wird niemals Gott. So, Kinder, das wird unsere biblische Geschichte. Und wer postet der kleine Baby Moses ab? Doch Gott hat einen ganz besonderen Plan. Das wird meistens allmählich von dem Befehl, das der König gesagt hat, dass du ein Junge überleben kannst. Aber Moses ist da, wenn es Gott will, dass es da steht. Von der, in dieser Geschichte, weil wir lernen, was habt ihr mit Mieter denn? Doch Baby, Moses, in den Kopf, die du ab dem Rief hast, heu kann sich selbst nicht raten. Heu könnt ihr nicht rückruppen und wach ran. Heu wird klein und hauptlos. So sind wir auch. Wir sind ganz aufhängig von Gott. Heu kann uns raten von all den dummen Dingen. Wenn wir die Hand haben, was schlechter zu tun, dann müssen wir Gott um die Gürgeln freuen. Heu wird uns das vergeben, und wird wie ein Tag, wo wir mit Jesus töten können im Himmel sind. Wir wollen von dir über auch noch ein Ding ganz besonders anwenden. Und in diesem Werk jeder Tag anwenden. Du wollen vielleicht Dinge kommen, oder eines Wort, was jemand verstanden, was Gott vielleicht wird beteut, oder eine andere Stunde vergeben. Und wo wird die Gott auf einen ganz besonderen Plan für dich. Du sind vielleicht Sachen, die können Gott beteut sein, als du. Und wenn wir Gott vertrauen tun, was heute wird dort ganz bestätigt für dich tun, dann können wir vielleicht noch mal Sachen passieren, was uns nicht schön geht, was uns vielleicht wollen wollen, oder worauf wir trüe dich sind. Aber Gott weiß dort, was dort für uns dort bestätigt ist. Und dann wollen wir jeder Tag, versuchen wir uns zu denken, Gott wird uns niemals allein lassen. Gott wird uns freiwillig und antworten. Gott wird uns freiwillig und antworten. Gott wird uns für uns anwenden, wenn Gott starb, um die Krieg auf den Tag, für meine und für deine Sinn. Von dir sagt Jesus, was ganz besonderes ist, zu dir. Vertraust du mich? Ich will immer bei dir sein, ich will nicht die abpassen, ich lege dich. Und Jesus meint das so. Und heute wird die Arme auch waschleichen in einem Vertrauen jeder Tag mit einem Tipp gehen. Dort ist unser Abruf von Fendeo wieder. Dankeschön, Kenia, für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine sehr gute Arbeit in Säuwo und Sluta. Auf Wiedersehen.